Sreto Ristic und Torsten Ziegner. Arm in Arm. Was sagte dieses Bild aus gestern Abend? Vielleicht, dass keiner so richtig glücklich war über diese Punkteteilung. 2 zu 2. Wieder nur ein mageres Pünktchen, das keinem Trainer so richtig weiterhilft. Das Spiel aber, das war zumindest turbulent. Für den neutralen Zuschauer gut anzuschauen. Und es steckte viel drin. Leider haben wir jetzt wieder für diesen Punkt bitter bezahlen müssen. Wir haben Tunay mit 5. gelber Karte. Wir hatten Bolicki verloren mit einer muskulären Verletzung. Und jetzt auch noch Redemann. Ich finde, dass Halle heute die bessere Mannschaft war. Liegt aber weniger daran, dass ich glaube nicht, dass Halle heute ein überragendes Spiel gemacht hat. Meiner Ansicht nach war das heute unser schlechtestes Auswärtsspiel. Wir sind eigentlich auswärts eine gute Mannschaft. Begonnen hatte alles mit einem herzlichen Hallo. Um 17.42 Uhr war der Bus der Duisburger vorgefahren. Torsten Ziegner freundlich dreinschauend. Von 2018 bis 2020 war er ja hier Cheftrainer. Aus alter Verbundenheit hatten sie ihm extra den roten Teppich ausgerollt. Der ehemalige Sportdirektor Ralf Heskamp, der war schon ein paar Minuten vorher da, hatte ein Geschenk mitgebracht für alte Freunde. Ich bin seit 2 Jahren nicht mehr hier gewesen. Das ist schon was Besonderes. Ich habe mich hier wirklich sehr wohl gefühlt. Von daher ist es schon was Besonderes für mich. Viel Herzlichkeit also noch zwischen allen Beteiligten. Und der Ziegner und Heskamp war ja auch nicht alles wirklich schlecht. Aber all das musste ruhen. Zumindest solange der Ball rollte. Beide Mannschaften, sie brauchen ja dringend Punkte. Die Bühne war bereitet. Tolle Atmosphäre in Halle. Auch wenn das mit der Pyrotechnik natürlich ein Nachspiel hat. Torsten Ziegner und Sreto Ristic. Beide stehen unter Zugzwang. Ristic noch einen Tick mehr. Da steht der HFC doch nur wegen des besseren Torverhältnisses knapp über dem Strich. Der HFC in der gleichen Besetzung wie beim 1-zu-1 gegen Tabellenführer Elversberg hatte die erste Offensivaktion. Über die rechte Seite Flanke von Thunay Deniz. Und die nahm Tom Zimmerschied mal so direkt. Tom Zimmerschied, Halles bester Angreifer. Neun Tore hat er schon erzielt. Und wie knapp das war, das zeigte die Hintertorkamera. Dann die siebte Minute, erste Ecke für den MSV. Getreten von Stoppelkamm. Und die geht auf den heranfliegenden Sebastian May. Und ein Aufschrei. Wir versuchen aufzulösen. Thunay Deniz war genau in dieser Szene mit dem abgespreizten Arm irgendwie noch dran am Ball. Das hätte eigentlich Elfmeter für Duisburg geben müssen. Glück für Halle, dass es in der dritten Liga keinen Videobeweis gibt. Dann die zehnte Spielminute. Halle weiter im Vorwärtsgang. Dann attackierte früh. Landgraf gelingt das. Zimmerschied auf Stetschik. Der wunderbar auf Buliki. Der Ungar mit dem Führungstreffer zum 1 zu 0. Endlich. Endlich, muss man sagen, hat der Junge sein zweites Saisontor erzielt. Das erste überhaupt. Und der Sreto Ristic, der ja lange an ihm auch festgehalten hat. Einige hatten ihn ja schon als Chancentod abgetan. Den Andor Buliki. Aber wie er das hier macht, wie er Duisburgs Schlussmann Müller keine Chance lässt. Das war wirklich allererste Sahne. Davon beflügelt drehte der HFC jetzt hier richtig auf. Nick Omladec über die linke Seite. Und da stand Thunay Deniz. Der nimmt den Ball einfach mal Volley. Und der Sreto Ristic wird der Junge immer besser. Dann hinein in die 17. Spielminute. Da gab es wieder eine Duisburger Ecke. Die dritte schon. Und wieder suchten sie Sebastian May aus dem Hintergrund. Backerlotz. Ganz allein steht er da an der Strafraumkante. Das ist natürlich bitter für den HFC. Das war bitter für den HFC. Und wir sehen es auch gleich. Sreto Ristic, der war stinkesauer. So kann man da hinten nicht verteidigen. Wir sehen es auch gleich in der Zeitlupe. Marvin Backerlotz, der stand da hinten an der Strafraumkante. Mutterseelin allein. Drittes Saisontor für den 33-Jährigen in der 17. Spielminute. Spielstand 1 zu 1. Der HFC erzeigte sich dennoch davon unbeeindruckt. Erst war es Dominik Stetschik mit einer Riesenmöglichkeit. Und dann hatte auch noch Sören Reddemann sogar noch das 2 zu 1 auf dem Kopf. Nach einer Ecke von Kreuzer. Dann lag plötzlich der Torschütze zum 1 zu 0 auf dem Boden. Andor Bulicki, 42. Minute. Was war passiert? Wir sehen es hier im Sprint. Ohne Gegnereinwirkung. Verdacht auf Muskelfaserriss. Keine gute Nachricht für den HFC. Für den Ungarn ging es dann auch nicht weiter. Sebastian Müller kam für ihn rein. Dann war auch schon Halbzeit. 9.012 Zuschauer. Sie sahen eine muntere erste Hälfte. Aber bitte festhalten die zweite. Sie wurde noch rasanter. 58. Minute. Und da stand Sebastian Müller. Mutterseelin allein am langen Pfosten. Und es stand hier 2 zu 1 für Halle. Und das war absolut verdient bis hierhin. Sreturistisch freute sich. Sebastian Müller völlig frei in dieser Szene. Die Leihgabe von Arminia Bielefeld mit seinem zweiten Saisontreffer erst. Im ersten Spiel gegen Zwickau. Das war im Juli letzten Jahres. Da hatte er zuletzt getroffen. Jetzt 21 Spiele später. Da knipste er endlich mal erneut. Es war wirklich ein Spiel mit vielen Offensivmomenten. Moritz Stoppelkamp. Der prüfte hier mal Felix Gebhardt. Kein Problem für den U23-Nationalkeeper. Dann die 60. Minute. Wieder eine Duisburger Ecke. Und Sie ahnen es. Der Ausgleich für die Meidericher. Diesmal nur zwei Minuten nach der HFC-Führung. Ausgerechnet der Ex-Hallenser Marvin Adjani mit dem 2 zu 2. Pures Chaos im HFC-Strafraum. Sören Reddemann und Marlon Frey am Boden. Kuddelmuddel im Fünfer. Keine klare Zuordnung. Dann wieder mal der HFC. Der eingewechselte Herzog. Der für Omladic kam. Der Ball ging an den Pfosten. Vincent Müller im Duisburger Tor. Wäre da nie und nimmer rangekommen. Dann die 78. Minute. Wir sehen eine Kreuzerflanke. Und wieder stand Sebastian Müller. Gold richtig vorne im Fünfer. Aber das nennt man dann wohl maximal unglücklich. Der HFC versuchte alles. Versuchte hier auf Sieg zu stellen. Endlich mal ein Heimsieg. Endlich mal ein Dreier. Die rot-weißen, sie hätten sich nach den gezeigten Leistungen den auch längst mal verdient gehabt. Drangphase. Hüpfende Fans. Und dann plötzlich ein Stimmungskiller. Sören Reddemann sei in der 84. Minute rot. Was war passiert? Ecke Halle. Und dann zerrten, klammerten und schubsten sie sich. Trotzdem Schiri Bacher mit einer sehr strengen Regelauslegung. So wie es der Schiri erklärt, habe ich die Nerven verloren. Ich wollte mich einfach nur befreien. Hab ihn weggestoßen wie ganz normal. Aber ja, dass der Schiri halt so das aufnimmt, dass es angeblich eine Tätigkeit ist, kann ich nicht beeinflussen. Ist halt dumm von mir jetzt im Endeffekt. Halle ab da irgendwie aus dem Konzept. Und plötzlich bot sich für die Duisburger sogar nochmal die Chance auf den Siegtreffer. Julian Hetter. Aber Felix Gebhardt erhielt in der Schlussminute den einen Punkt fest. Wie schon zuletzt in Elversberg. 2 zu 2. Im siebten Spiel unter Ristic blieb der HFC zwar ungeschlagen, schaffte allerdings auch wieder keinen Dreier. Es ist auch eine Geschichte der Qualität. Und es ist nun mal so, dass wir eine Mannschaft sind, die öfter aufs Tor kommen muss, um Tore zu erzielen. Das ist uns bewusst. Wir rennen nicht davon weg. Und das werden wir auch in der Zukunft tun. Torsten Ziegner holte einen glücklichen Punkt bei seinem Ex-Klub. Für den HFC wird es allerhöchste Eisenbahn für Siege. Die nächsten Spiele werden entscheidend. gegen Dortmund 2, Aue und Bayreuth. 3. 4.